Brand auf Gartengrundstück. Am Samstag gegen 13.15 Uhr ist aus bisher nicht geklärten Umständen auf einem Gartengrundstück, welches an der Verlängerung der Brunnenstraße im Gewann beim Laurenbaum liegt, ein Brand ausgebrochen. Dem Brand fielen eine selbstgebaute Gartenhütte, nebst untergestellten Gartengeräten, sowie ein Außengehege für Hühner zum Opfer. Die Hühner selbst blieben unverletzt. Zudem verbrannt er in etwa 20 Quadratmeter großes Wiesenstück. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Wernau war mit fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften, die Polizei mit zwei Streifen vor Ort.